Deutsch üben. Band 12. Diktate. Hören, Schreiben, Korrigieren. Von Werner Paldammer. Copyright Mats Huber Verlag 2002. Punkt. Diktate A. Schwierigkeitsgrad leicht. Text 1. Autofarben. Beim Kauf eines Autos scheint die Farbe sehr wichtig zu sein. Ungefähr 15.000 Farbtöne gibt es auf dem deutschen Automarkt. Dabei hat jede Saison ihre Modefarben. Bei Neuwagen sind Blau und Silbergrau zurzeit am populärsten. Beliebt sind auch Grün und Schwarz. Braune Autos gibt es fast nicht mehr. In den 90er Jahren waren rote Autos beliebt, besonders bei Frauen. Heute spielt diese Farbe bei Autos keine Rolle mehr. Die Hersteller arbeiten ständig an neuen Tönen mit exotisch klingenden Namen. Bei Mercedes gibt es das Dschungelgrün. Bei BMW das Mauritius Blau. Bei Audi das Cricket Grün. Natürlich kann man die Farbe seines Autos ändern. Das ist aber nicht billig. Die Neulackierung eines VW Golf kostet über 1.500 Euro. Diktat 1. Autofarben. Beim Kauf eines Autos scheint die Farbe sehr wichtig zu sein. Ungefähr 15.000 Farbtöne gibt es auf dem deutschen Automarkt. Bei Neuwagen sind Blau und Silbergrau zurzeit am populärsten. Beliebt sind auch Grün und Schwarz. Braune Autos gibt es fast nicht mehr. In den 90er Jahren waren rote Autos beliebt. Besonders bei Frauen. Heute spielt diese Farbe bei Autos keine Rolle mehr. Die Hersteller arbeiten ständig an neuen Tönen mit exotisch klingenden Namen. Bei Mercedes gibt es das Dschungelgrün. Bei BMW das Mauritius-Blau. Bei Audi das Cricket-Grün. Natürlich kann man die Farbe seines Autos ändern. Das ist aber nicht billig. Die Neulackierung eines VW Golf kostet über 1.500 Euro. Text 3 Telefonzellen 160.000 Telefonzellen gibt es heute in Deutschland. Durch die Mobiltelefone verlieren sie aber immer mehr an Bedeutung. Bis zum Jahr 2003 wird es in Deutschland ungefähr 40 Millionen Handys geben. Das kann das Ende der Telefonhäuschen bedeuten. Für die Telekom waren die Telefonzellen schon immer ein schlechtes Geschäft. Die Unterhaltung einer einzigen Zelle kostet 500 Euro monatlich. Dabei erbringen manche Kabinen nur einen Umsatz von 3 Euro im Monat. Jetzt will die Telekom die Standorte der Telefonzellen überprüfen. Wo es sich finanziell lohnt, sollen sie bleiben. Wo das nicht der Fall ist, werden sie abgebaut. 5.000 Häuschen hat man schon abmontiert. Diktat 3 Telefonzellen 160.000 Telefonzellen gibt es heute in Deutschland. Punkt Durch die Mobiltelefone verlieren sie aber immer mehr an Bedeutung. Punkt Bis zum Jahr 2003 wird es in Deutschland ungefähr 40 Millionen Handys geben. Punkt Das kann das Ende der Telefonhäuschen bedeuten. Punkt Für die Telekom waren die Telefonzellen schon immer ein schlechtes Geschäft. Punkt Die Unterhaltung einer einzigen Zelle kostet 500 Euro monatlich. Punkt Dabei erbringen manche Kabinen nur einen Umsatz von 3 Euro im Monat. Punkt Jetzt will die Telekom die Standorte der Telefonzellen überprüfen. Punkt Wo es sich finanziell lohnt, sollen sie bleiben. Punkt Punkt Wo das nicht der Fall ist. Punkt Werden sie abgebaut. Punkt 5.000 Häuschen hat man schon abmontiert. Punkt Text 4 Wasserverbrauch Die sparsamen Deutschen verbrauchen immer weniger Wasser. Der Tagesverbrauch ist in den letzten Jahren von 130 auf 127 Liter gesunken. Punkt Damit sind die Deutschen gemeinsam mit den Belgiern die sparsamsten Wasserverbraucher in der Europäischen Union. Punkt Der Verbrauch sinkt, aber der Preis steigt. Punkt Jeder Deutsche gibt für sein Trinkwasser 20 Cent pro Tag aus. Punkt Die Beseitigung des Abwassers ist noch teurer. Sie kostet ungefähr 100 Euro pro Einwohner und Jahr. Zum Trinken und Kochen braucht man in Deutschland 3 bis 6 Liter Wasser. Punkt Für das Baden und Duschen 20 bis 50 Liter. Punkt Für das Waschen der Wäsche 15 Liter. Punkt Und für die WC-Spülung 30 bis 50 Liter. Die Sparsamen Deutschen verbrauchen immer weniger Wasser. Punkt Der Tagesverbrauch ist in den letzten Jahren von 130 auf 127 Liter gesunken. Punkt Damit sind die Deutschen gemeinsam mit den Belgiern die sparsamsten Wasserverbraucher in der Europäischen Union. Punkt Der Verbrauch sinkt, aber der Preis steigt. Punkt Jeder Deutsche gibt für sein Trinkwasser 20 Cent pro Tag aus. Punkt Die Beseitigung des Abwassers ist noch teurer. Punkt Sie kostet ungefähr 100 Euro pro Einwohner und Jahr. Punkt Zum Trinken und Kochen braucht man in Deutschland 3 bis 6 Liter Wasser. Komma Für das Baden und Duschen 20 bis 50 Liter. Komma Für das Waschen der Wäsche 15 Liter. Und für die WC-Spülung 30 bis 50 Liter. Punkt Text 5 Post Was macht die Post eigentlich mit Briefen ohne Anschrift? Mit falscher Anschrift oder für einen Empfänger, der verzogen ist? Werden solche Briefe weggeworfen? Natürlich nicht. In der zentralen Briefermittlungsstelle der Post arbeiten 100 Personen, um in solchen Fällen zu helfen. Sie öffnen die Briefe, forschen nach den Absendern oder Empfängern und sorgen dafür, dass die Post doch noch ankommt. Diese Poststelle befindet sich in Marburg und ist für ganz Deutschland zuständig. Sie öffnen die Briefe. Täglich werden bis zu 16.000 Sendungen bearbeitet. Es werden auch verlorene Pässe, Ausweise und andere Dokumente weitergeleitet, die Finder in irgendeinen Briefkasten der Post geworfen haben. Diktat 5 Post Was macht die Post eigentlich? Mit Briefen ohne Anschrift? Mit falscher Anschrift oder für einen Empfänger, der verzogen ist? Werden solche Briefe weggeworfen? Natürlich nicht. In der zentralen Briefermittlungsstelle der Post arbeiten 100 Personen, um in solchen Fällen zu helfen. Sie öffnen die Briefe, forschen nach den Absendern oder Empfängern und sorgen dafür, dass die Post doch noch ankommt. Diese Poststelle befindet sich in Marburg und ist für ganz Deutschland zuständig. Punkt Täglich werden bis zu 16.000 Sendungen bearbeitet. Punkt Es werden auch verlorene Pässe, Ausweise und andere Dokumente weitergeleitet. Komma Die Finder in irgendeinen Briefkasten der Post geworfen haben. Punkt Text 6 Hundesteuer Schon seit 1829 gibt es in Deutschland eine Steuer für Hunde. Die Hundesteuer gilt als ein Instrument der Ordnungspolitik. Sie soll die Zahl der Hunde begrenzen. Wenn man sich die Höhe der Hundesteuer ansieht, glaubt man, dass das funktioniert. Ein Hundehalter in Köln bezahlt beispielsweise 138 Euro pro Jahr für einen Hund. Wer mehr als einen Hund hat, bekommt keinen Rabatt, sondern bezahlt für jeden weiteren Hund noch mehr. Hat jemand drei oder mehr Hunde, beträgt die Steuer 198 Euro je Hund. In kleineren Städten ist die Steuer normalerweise niedriger. In Neu-Isenburg kostet der erste Hund nur 30 Euro. Diktat 6 Hundesteuer Schon seit 1829 gibt es in Deutschland eine Steuer für Hunde. Die Hundesteuer gilt als ein Instrument der Ordnungspolitik. Punkt Sie soll die Zahl der Hunde begrenzen. Wenn man sich die Höhe der Hundesteuer ansieht, glaubt man, dass das funktioniert. Ein Hundehalter in Köln bezahlt beispielsweise 138 Euro pro Jahr für einen Hund. Punkt Wer mehr als einen Hund hat, bekommt keinen Rabatt, sondern bezahlt für jeden weiteren Hund noch mehr. Punkt Hat jemand drei oder mehr Hunde, Komma Beträgt die Steuer 198 Euro je Hund. Punkt In kleineren Städten ist die Steuer normalerweise niedriger. Doppelpunkt In Neu-Isenburg kostet der erste Hund nur 30 Euro. Punkt Text 7 Lottozahlen Das beliebteste Glücksspiel in Deutschland ist das Zahlenlotto. Aus 49 Zahlen werden 6 ausgewählt. Die Zahl der möglichen Kombinationen beträgt hierbei 1,9 Millionen. Viele Lottospieler wollen originell sein und kreuzen bestimmte Muster und Figuren an. Oder sie entscheiden sich für kuriose Reihen. Im April 1999 wurden zum ersten Mal in der Lotto-Geschichte 5 Zahlen gezogen, die in einer mathematisch ordentlichen Reihe stehen. 2, 3, 4, 5 und 6. Wer diese Zahlen getippt hatte, konnte sich über den Gewinn freuen. Zur Überraschung der Gewinner war die Gewinnquote aber sehr gering, 379 Mark. Es hatten nämlich über 38.000 Spieler diese Fünferkombination getippt. Diktat 7 Lottozahlen Das beliebteste Glücksspiel in Deutschland ist das Zahlenlotto. Punkt Aus 49 Zahlen werden 6 ausgewählt. Punkt Die Zahl der möglichen Kombinationen beträgt hierbei 1,9 Millionen. Punkt Viele Lottospieler wollen originell sein und kreuzen bestimmte Muster und Figuren an. Punkt Oder sie entscheiden sich für kuriose Reihen. Punkt Im April 1999 wurden zum ersten Mal in der Lotto-Geschichte 5 Zahlen gezogen, die in einer mathematisch ordentlichen Reihe stehen. Doppelpunkt 2, 3, 4, 5 und 6. Punkt Wer diese Zahlen getippt hatte, konnte sich über den Gewinn freuen. Punkt Zur Überraschung der Gewinner War die Gewinnquote aber sehr gering. Doppelpunkt 379 Mark Punkt Es hatten nämlich über 38.000 Spieler Diese Fünfer Diese Fünferkombination getippt. Punkt Text 8 Eiskonsum Statistisch gesehen ist jeder Deutsche 8,5 Liter Eis pro Jahr. Die beliebt Die beliebtesten Eissorten sind seit vielen Jahren Vanille und Schokolade. Ebenfalls gefragt sind Erdbeer und Walnuss. Ein großer Teil der Deutschen hat immer Eis im Haus. Die meisten Verbraucher entscheiden sich beim Einkauf für die Ein-Liter-Portion. Die Hersteller freuen sich darüber, dass Eis nicht mehr so saisonabhängig ist wie früher. Natürlich steigt der Konsum bei gutem Wetter. Eis ist in allen Altersgruppen beliebt. Jahr für Jahr stellt die Industrie neue Eissorten vor. Neue Geschmacksrichtungen und neue Waffelformen. Experten testen regelmäßig Eissorten verschiedener Produzenten und beurteilen sie nach Geruch, Geschmack, Aussehen und Festigkeit. Diktat 8 Eiskonsum Statistisch gesehen ist jeder Deutsche 8,5 Liter Eis pro Jahr. Die beliebtesten Eissorten sind seit vielen Jahren Vanille und Schokolade. Ebenfalls gefragt sind Erdbeer und Walnuss. Ein großer Teil der Deutschen hat immer Eis im Haus. Die meisten Verbraucher entscheiden sich beim Einkauf für die Ein-Liter-Portion. Die Hersteller freuen sich darüber, dass Eis nicht mehr so saisonabhängig ist wie früher. Die meisten Verbraucher entscheiden sich bei gutem Wetter. Die meisten Verbraucher entscheiden sich bei gutem Wetter. Natürlich steigt der Konsum bei gutem Wetter. Eis ist in allen Altersgruppen beliebt. Jahr für Jahr stellt die Industrie neue Eissorten vor. Neue Geschmacksrichtungen und neue Waffelformen. Punkt. Experten testen regelmäßig Eissorten verschiedener Produzenten und beurteilen sie nach Geruch, Geschmack, Aussehen und Festigkeit. Punkt. Text 9 SOS Kinderdörfer Das erste SOS Kinderdorf wurde 1956 in der Stadt Innsbruck in Österreich gegründet. Man wollte elternlosen Kindern ein Zuhause geben. Für Hermann Gmeiner, den Gründer der Kinderdörfer, galten vier Prinzipien. Mutter, Geschwister, Haus und Dorf. Dies sei, was ein Kind brauche. Und danach richten sich die SOS Kinderdörfer bis heute. Eine Mutter lebt mit fünf Kindern in einem Haus. Die Umgebung ist ländlich. Die Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, erleben meistens zum ersten Mal, wie es ist, in einer Familie zu leben. SOS-Dörfer mit insgesamt 40.000 Kindern gibt es mittlerweile in 131 Ländern. Das vorerst letzte Kinderdorf wurde im Jahr 2000 in Kambodscha gegründet. Diktat 9 SOS Kinderdörfer Das erste SOS Kinderdorf wurde 1956 in der Stadt Innsbruck in Österreich gegründet. Man wollte elternlosen Kindern ein Zuhause geben. Für Hermann Gmeiner, den Gründer der Kinderdörfer, galten vier Prinzipien. Doppelpunkt Mutter, Geschwister, Haus und Dorf. Dies sei, was ein Kind brauche. Komma Und danach richten sich die SOS Kinderdörfer bis heute. Punkt Eine Mutter lebt mit fünf Kindern in einem Haus. Strichpunkt Die Umgebung ist ländlich. Punkt Die Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, erleben meistens zum ersten Mal. Komma Wie es ist, Komma In einer Familie zu leben. Punkt SOS Dörfer mit insgesamt 40.000 Kindern gibt es mittlerweile in 131 Ländern. Punkt Das vorerst letzte Kinderdorf wurde im Jahr 2000 in Kambodscha gegründet. Punkt Text 10 Aspirin Seit 100 Jahren gibt es Aspirin. Am 6. Am 6. März 1899 wurde es beim Patentamt in Berlin angemeldet. Die Geschichte des Aspirin ist eine Geschichte von Rekorden. Kein Medikament wurde in mehr klinischen Studien geprüft. Jährlich erscheinen 3500 neue wissenschaftliche Publikationen. Das Mittel hilft nicht nur bei Schmerzen und Fieber, es soll auch Schlaganfällen vorbeugen und die Gefahr von Herzinfarkten verringern. Auch wird das Mittel gegen Krebs eingesetzt. Aspirin ist nicht nur in der ganzen Welt bekannt und beliebt, sogar auf dem Mond hat es diese Tablette schon gegeben. Neil Armstrong, der erste Mensch dort, hatte es 1969 in der Bordapotheke. Diktat 10 Aspirin Seit 100 Jahren gibt es Aspirin. Punkt Am 6. März 1899 Wurde es beim Patentamt in Berlin angemeldet. Punkt Die Geschichte des Aspirin ist eine Geschichte von Rekorden. Punkt Kein Medikament wurde in mehr klinischen Studien geprüft. Punkt Jährlich erscheinen 3500 neue wissenschaftliche Publikationen. Punkt Das Mittel hilft nicht nur bei Schmerzen und Fieber. Es soll auch Schlaganfällen vorbeugen und die Gefahr von Herzinfarkten verringern. Punkt Auch wird das Mittel gegen Krebs eingesetzt. Punkt Aspirin ist nicht nur in der ganzen Welt bekannt und beliebt, sogar auf dem Mond hat es diese Tablette schon gegeben. Punkt Neal Armstrong, der erste Mensch dort, hatte es 1969 in der Bordapotheke. Punkt Text 11 Handschrift Die Handschrift galt früher als die Visitenkarte eines Menschen. Heute ist sie weniger wichtig. Für einen bestimmten Zusammenhang gilt dies nicht. Die Handschrift von Ärzten Rezepte von Ärzten sind oft so unleserlich, dass Apotheker oder Krankenschwestern den Patienten falsche Medikamente geben. Man schätzt, dass aus diesem Grund allein in den USA jedes Jahr 7000 Menschen sterben. Man hat schon gefordert, dass Ärzte ihre Rezepte auf einem Computer schreiben sollen. Es gab auch schon Trainingsprogramme für Ärzte, die lernen sollten, leserlich zu schreiben. Immerhin gibt es mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass der Strich eines Kugelschreibers über Leben und Tod entscheiden kann. Diktat 11 Handschrift Die Handschrift galt früher als die Visitenkarte eines Menschen. Punkt Heute ist sie weniger wichtig. Punkt Für einen bestimmten Zusammenhang gilt dies nicht. Doppelpunkt Die Handschrift von Ärzten Punkt Rezepte von Ärzten sind oft so unleserlich, Das Apotheker oder Krankenschwestern Den Patienten falsche Medikamente geben. Punkt Man schätzt, Das Aus diesem Grund allein in den USA Jedes Jahr 7000 Menschen sterben. Punkt Man hat schon gefordert, Punkt Das Ärzte ihre Rezepte auf einem Computer schreiben sollen. Punkt Es gab auch schon Trainingsprogramme für Ärzte. Die Lernen sollten, Die Lernen sollten, Komma Leserlich zu schreiben. Punkt Immerhin gibt es mittlerweile ein Bewusstsein dafür, Komma dass der Strich eines Kugelschreibers über Leben und Tod entscheiden kann. Punkt Grundstufe Diktate B Schwierigkeitsgrad leicht Text 15 Duftmuseum In Köln gibt es seit kurzem ein Duftmuseum. Dort bietet man den Besuchern ein besonderes Erlebnis. In eineinhalb Stunden werden 100 verschiedene Düfte produziert. Auf Monitoren gibt es zusätzliche Informationen. Das Programm des Museums lautet Riechen, Hören, Sehen Das Projekt hat 11 Millionen Euro gekostet. Eröffnung war Mitte 2001. Diktat 15 Duftmuseum In Köln gibt es seit kurzem ein Duftmuseum. Punkt Dort bietet man den Besuchern ein besonderes Erlebnis. Doppelpunkt In eineinhalb Stunden werden 100 verschiedene Düfte produziert. Punkt Auf Monitoren gibt es zusätzliche Informationen. Punkt Das Programm des Museums lautet Doppelpunkt Riechen, Hören, Sehen Punkt Das Projekt hat 11 Millionen Euro gekostet. Strichpunkt Eröffnung war Mitte 2001. Punkt Text 16 Mallorca Deutsche mit Wohnsitz auf Mallorca sind nicht mehr nur Rentner. 75 Prozent der 37.000 Deutschen, die länger als drei Monate im Jahr dort leben, sind jünger als 65 Jahre. Es sind Bäcker, Fleischer, Maurer, Architekten und Ärzte, die ihre Berufe auf Mallorca ausüben. Die Deutschen konkurrieren mit Einheimischen um Arbeitsplätze und Aufträge. Diktat 16 Diktat 16 Mallorca Deutsche mit Wohnsitz auf Mallorca sind nicht mehr nur Rentner. Punkt Punkt 75 Prozent der 37.000 Deutschen, die länger als drei Monate im Jahr dort leben, sind jünger als 65 Jahre. Punkt Es sind Bäcker, Fleischer, Maurer, Architekten und Ärzte, die ihre Berufe auf Mallorca ausüben. Punkt Die Deutschen konkurrieren mit Einheimischen um Arbeitsplätze und Aufträge. Punkt Text 20 Kinderlose Paare Ist unsere Gesellschaft kinderfeindlich? In den USA leben jedenfalls 13 Millionen Paare ohne Kinder. Verschiedene Gruppen fordern kinderfreie Restaurants und Cafés. Sie wollen Wohnhäuser ohne schreiende und spielende Kinder. Eine andere Forderung ist das Recht auf Sterilisierung auch für Personen, die keine Kinder haben. Sie sollen ähnliche Steuervorteile wie Personen mit Kindern haben. Diktat 20 Diktat 20 Kinderlose Paare Diktat 20 Ist unsere Gesellschaft kinderfeindlich? Frage Frage In den USA leben jedenfalls 13 Millionen Paare ohne Kinder. Punkt Verschiedene Gruppen fordern kinderfreie Restaurants und Cafés. Punkt Sie wollen Wohnhäuser ohne schreiende und spielende Kinder. Punkt Eine andere Forderung ist das Recht auf Sterilisierung. Auch für Personen, die keine Kinder haben. Punkt Sie sollen ähnliche Steuervorteile wie Personen mit Kindern haben. Punkt Text 21 Du und sie Jugendliche von 15 bis 17 Jahren in Deutschland haben Ersparnisse von fast 5 Milliarden Euro. Das macht sie zu einer wichtigen Zielgruppe für Werbeagenturen. Manchmal werden die jungen Leute in Anzeigen geduzt. Manchmal werden sie gesiezt. Ein Werbeprofi benutzt ganz konsequent das Sie. Denn fürs Duzen ist eine persönliche Begegnung Voraussetzung. Punkt Diktat 21 Du und sie Jugendliche von 15 bis 17 Jahren in Deutschland haben Ersparnisse von fast 5 Milliarden Euro. Punkt Das macht sie zu einer wichtigen Zielgruppe für Werbeagenturen. Punkt Das macht sie zu einer wichtigen Zielgruppe für Werbeagenturen. Punkt Manchmal werden die jungen Leute in Anzeigen geduzt. Komma Manchmal werden sie gesiezt. Punkt Ein Werbeprofi benutzt ganz konsequent das Sie. Komma Punkt Text 23 Korrupt oder korrekt Ein Verein in Berlin ermittelt jedes Jahr, welche Länder am korruptesten sind. Der schlechteste Wert ist 0 und bedeutet total korrupt. Der beste Wert ist 10 und steht für korrekt. Diktat 23 Diktat 23 Korrupt oder korrekt Ein Verein in Berlin ermittelt jedes Jahr, welche Länder am korruptesten sind. Punkt Der schlechteste Wert ist 0 und bedeutet total korrupt. Komma Der beste Wert ist 10 und steht für korrekt. Punkt 1997 waren die Länder mit den besten Noten Dänemark, Finnland, Schweden, Neuseeland und Kanada. Punkt Deutschland belegte den 40. Platz. Punkt Text 24 Reisen Sie wollen eigentlich immer weg. 1997 machten die Deutschen über 60 Millionen Urlaubsreisen. Sie gaben hierbei rund 40 Milliarden Euro aus. Insgesamt erwirtschaftet die Reisebranche 10 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts. Sie setzt jedes Jahr 2,7 Billionen Euro um. Jeder neunte Arbeitsplatz auf der Welt hängt heute vom Tourismus ab. Diktat 24 Reisen Sie wollen eigentlich immer weg. Ausrufezeichen Sie wollen eigentlich immer weg. Ausrufezeichen 1997 machten die Deutschen über 60 Millionen Urlaubsreisen. Punkt Sie gaben hierbei rund 40 Milliarden Euro aus. Punkt Insgesamt erwirtschaftet die Reisebranche 10 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts. Punkt Sie setzt jedes Jahr 2,7 Billionen Euro um. Punkt Jeder neunte Arbeitsplatz auf der Welt hängt heute vom Tourismus ab. Punkt Text 27 Privates Glück Bei einer Befragung von über 1000 Personen nannten 33 Prozent den Partner als das Wichtigste im Leben. Der Auftraggeber der Umfrage war die Zeitschrift die Woche. 29 Prozent nannten die Kinder, jeweils 10 Prozent die Familie und die Eltern. Nur 7 Prozent gaben Arbeit oder Karriere als das Wichtigste an. Der Auftraggeber der Umfrage war die Zeitschrift die Woche. Diktat 27 Privates Glück Bei einer Befragung von über 1000 Personen nannten 33 Prozent den Partner als das Wichtigste im Leben. Punkt 29 Prozent den Partner als das Wichtigste an. Punkt 29 Prozent nannten die Kinder, jeweils 10 Prozent die Familie und die Eltern. Punkt Nur 7 Prozent gaben Arbeit oder Karriere als das Wichtigste an. Punkt Der Auftraggeber der Umfrage war die Zeitschrift die Woche. Punkt Text 29 Führerschein Der Autoführerschein kostet in Deutschland im Durchschnitt 1600 Euro. Vor 30 Jahren kostete er noch 300 Mark. Am schwierigsten ist die Prüfung in Hamburg. Dort fallen 42 Prozent der Bewerber durch. Am einfachsten scheint der Erwerb des Führerscheins im Saarland zu sein. 80 Prozent bestehen dort die Prüfung. Diktat 29 Führerschein Der Autoführerschein kostet in Deutschland im Durchschnitt 1600 Euro. Punkt Vor 30 Jahren kostete er noch 300 Mark. Punkt Am schwierigsten ist die Prüfung in Hamburg. Dort fallen 42 Prozent der Bewerber durch. Punkt Am einfachsten scheint der Erwerb des Führerscheins im Saarland zu sein. Punkt Achtzig Prozent bestehen dort die Prüfung. Punkt Mittelstufe Diktate C Schwierigkeitsgrad Mittel Text 30 Text 30 Teure Städte Verschiedene Institute und Firmen ermitteln jedes Jahr die teuersten Städte der Welt. In den vergangenen Jahren galten Berlin, Düsseldorf und München als die teuersten deutschen Städte. Im internationalen Vergleich lebt man dort aber noch relativ billig. Einundfünfzig Städte weltweit sind für Ausländer noch teurer. An erster Stelle steht Tokio, dicht gefolgt von Hongkong und Moskau. Die Rangfolge wird anhand eines Warenkorbes ermittelt, der über 200 Artikel und Dienstleistungen enthält. Mieten und Lebensmittelpreise gehören dazu. Auch der Preis für eine Theaterkarte. Es wird eben alles einbezogen, was ein Ausländer in einer Stadt braucht. Die weltweit billigsten Städte sind übrigens Madras und Johannesburg. Diktat 30 Teure Städte Verschiedene Institute und Firmen ermitteln jedes Jahr die teuersten Städte der Welt. Punkt Im internationalen Vergleich lebt man dort aber noch relativ billig. Punkt Einundfünfzig Städte weltweit sind für Ausländer noch teurer. Punkt An erster Stelle steht Tokio. Komma Dicht gefolgt von Hongkong und Moskau. Punkt Die Rangfolge wird anhand eines Warenkorbes ermittelt. Komma Der über 200 Artikel und Dienstleistungen enthält. Punkt Mieten und Lebensmittelpreise gehören dazu. Komma Komma Auch der Preis für eine Theaterkarte. Punkt Es wird eben alles einbezogen. Komma Was ein Ausländer in einer Stadt braucht. Punkt Die weltweit billigsten Städte sind übrigens Madras und Johannesburg. Punkt Text 31 Analphabeten 4 Millionen Menschen in Deutschland sind Analphabeten, obwohl sie als Kinder zur Schule gegangen sind. Da ist der Lastwagenfahrer, der Schilder nicht lesen kann. Und da ist das Mädchen, das den Liebesbrief nicht lesen kann. Oder der Mann, der immer seine Brille vergessen hat, wenn er unterschreiben soll. Analphabeten leiden unter Einschränkungen im Alltag. Ihre Chancen im Beruf sind oft gering. Öffentliche Gelder für die Förderung des Lesens und Schreibens in der Erwachsenenbildung gibt es in Deutschland nicht. Im März 1999 führte der Bundesverband Alphabetisierung eine Werbeaktion durch. Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben sollten für Kurse gewonnen werden. Diktat 31 Analphabeten 4 Millionen Menschen in Deutschland sind Analphabeten, obwohl sie als Kinder zur Schule gegangen sind. Da ist der Lastwagenfahrer, der Schilder nicht lesen kann. Und da ist das Mädchen, das den Liebesbrief nicht lesen kann. Punkt. Oder der Mann, der immer seine Brille vergessen hat, wenn er unterschreiben soll. Punkt. Analphabeten leiden unter Einschränkungen im Alltag. Punkt. Ihre Chancen im Beruf sind oft gering. Punkt. Im März 1999 führte der Bundesverband Alphabetisierung eine Werbeaktion durch. Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben sollten für Kurse gewonnen werden. Text 32 Pflegeversicherung Seit 1996 gibt es in Deutschland die Pflegeversicherung für alle Krankenversicherten. Das Ziel der Versicherung ist es, mehr pflegebedürftigen Menschen das Leben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Weniger stationäre, mehr häusliche Pflege – das könnte das Motto der Versicherung sein. In zahlreichen Verordnungen ist genau festgelegt, wie die Pflege aussehen muss, wie oft die kranke Person gewaschen wird und wie viele Stunden die Pflege umfasst. Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die die Pflege von Bedürftigen übernehmen, werden hierfür bezahlt. Die Versicherung finanziert sich dadurch, dass Erwerbstätige 1,7% ihres Bruttogehaltes einzahlen müssen. Diktat 32 Pflegeversicherung Seit 1996 gibt es in Deutschland die Pflegeversicherung für alle Krankenversicherten. Das Ziel der Versicherung ist es, mehr pflegebedürftigen Menschen das Leben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Punkt Weniger stationäre, mehr häusliche Pflege, Gedankenstrich Das könnte das Motto der Versicherung sein. Punkt In zahlreichen Verordnungen ist genau festgelegt, Punkt Wie oft die kranke Person gewaschen wird und wie viele Stunden die Pflege umfasst. Punkt Die Höhe richtet sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Punkt Punkt Die Versicherung finanziert sich dadurch, Komma Dass Erwerbstätige 1,7% ihres Bruttogehaltes einzahlen müssen. Punkt Text 34 Ruhrgebiet Die Luft ist sauber geworden im Ruhrgebiet. Das Bild von der kaputten Landschaft stimmt nicht mehr. Diese Industrieregion in Nordrhein-Westfalen hat einen gewaltigen Wandel erlebt. In 17 Städten auf einer Achse von 75 Kilometern zu beiden Seiten des Flusses Emscher wurde eine von der Industrie verbrauchte Landschaft ökologisch saniert und neu gestaltet. Das Ruhrgebiet ist die Region zwischen Duisburg und Hamm. In dieser Gegend, die von der Kohle- und Stahlindustrie lebte, sind über 100 Projekte verwirklicht worden. Das Ruhrgebiet galt früher als schmutzig und stinkig. Heute bietet es attraktive Gewerbestandorte. Technologiezentren und neue Wohngebiete haben ebenfalls das ungünstige Bild verändert. Die Luft ist sauber geworden im Ruhrgebiet. Punkt. Das Bild von der kaputten Landschaft stimmt nicht mehr. Punkt. Diese Industrieregion in Nordrhein-Westfalen hat einen gewaltigen Wandel erlebt. Punkt. In 17 Städten auf einer Achse von 75 Kilometern zu beiden Seiten des Flusses Emscher wurde eine von der Industrie verbrauchte Landschaft ökologisch saniert und neu gestaltet. Punkt. Punkt. Das Ruhrgebiet ist die Region zwischen Duisburg und Hamm. Punkt. In dieser Gegend, die von der Kohle- und Stahlindustrie lebte, sind über 100 Projekte verwirklicht worden. Punkt. Punkt. Das Ruhrgebiet galt früher als schmutzig und stinkig. Punkt. Punkt. Heute bietet es attraktive Gewerbestandorte. Punkt. Technologiezentren und neue Wohngebiete haben ebenfalls das ungünstige Bild verändert. Punkt. Punkt. Mittelstufe. Diktate C. Schwierigkeitsgrad Mittel. Text 35. Familien. Nur 28% der deutschen Familien gelten als Normalfamilien, das heißt als Familien, in denen Vater und Mutter verheiratet sind und mit den gemeinsamen Kindern zusammen leben. 25% der Familien bestehen heute aus verheirateten Paaren ohne Kinder. Alleinerziehende mit Kindern machen 15% der Familien aus. und 10% der Familien gelten als Partnerschaften mit Kindern, aber mit getrenntem Haushalt. Trendforscher gehen davon aus, dass dieser Wertewandel zu neuen Konflikten führt. Sie behaupten aber auch, dass die neuen Formen zu einer demokratischen Familie geführt haben. Eltern machen sich heute mehr Gedanken über ihre Kinder, heißt es in einer Studie. Diktat 35. Familien. Nur 28% der deutschen Familien gelten als Normalfamilien, das heißt als Familien, in denen Vater und Mutter verheiratet sind und mit den gemeinsamen Kindern zusammen leben. Punkt. 25% der Familien bestehen heute aus verheirateten Paaren ohne Kinder. Punkt. Alleinerziehende mit Kindern machen 15% der Familien aus. Punkt. Und 10% der Familien gelten als Partnerschaften mit Kindern, aber mit getrenntem Haushalt. Punkt. 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 Trendforscher gehen davon aus, Komma, Dass dieser Wertewandel zu neuen Konflikten führt. Punkt. Sie behaupten aber auch, Komma, dass die neuen Formen zu einer demokratischen Familie geführt haben. Eltern machen sich heute mehr Gedanken über ihre Kinder, heißt es in einer Studie. Text 37 Erziehungsurlaub Die meisten Paare in Deutschland sind glücklich und zufrieden. Die Zeitschrift Brigitte hat über 1000 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren zu ihrem Beziehungsleben befragt. Die 49% der Glücklichen sind meist verheiratet und haben Kinder. Um diese Kinder kümmert sich die Frau, während der Mann das Geld nach Hause bringt. 90% der Befragten gaben an, dass sich beide Partner um Haushalt und Familie kümmern sollten. Die Wirklichkeit in Deutschland sieht allerdings anders aus. Es sind immer noch die Frauen, die kochen, putzen und die Kinder versorgen. Von den Eltern im Erziehungsurlaub sind nur 1,5% Männer. Diktat 37 Erziehungsurlaub Die meisten Paare in Deutschland sind glücklich und zufrieden. Punkt Die Zeitschrift Brigitte hat über 1000 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren zu ihrem Beziehungsleben befragt. Punkt Die 49% der Glücklichen sind meist verheiratet und haben Kinder. Punkt Um diese Kinder kümmert sich die Frau, Komma Während der Mann das Geld nach Hause bringt. Punkt 90% der Befragten gaben an, Komma Dass sich beide Partner um Haushalt und Familie kümmern sollten. Punkt Die Wirklichkeit in Deutschland sieht allerdings anders aus. Punkt Es sind immer noch die Frauen, Komma Die kochen, Komma Putzen und die Kinder versorgen. Punkt Von den Eltern im Erziehungsurlaub sind nur 1,5% Männer. Punkt Text 40 Tag der Arbeit Der 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit. Gewerkschaften in der ganzen Welt tragen an diesem Tag ihre Forderungen vor. Der Beginn dieser Bewegung liegt schon über 100 Jahre zurück. Im Mai 1886 streikten in Chicago amerikanische Arbeiter für die Einführung des Acht-Stunden-Tages. Ihre Aktion endete mit einem Polizeieinsatz, bei dem 17 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden. Ein Gerichtsverfahren gegen vier Arbeiterführer endete mit dem Todesurteil. Sie wurden hingerichtet. Die amerikanischen Arbeiterverbände erklärten daraufhin den 1. Mai zum Kampftag. Drei Jahre später, im Juli 1889, wurde der 1. Mai zu einer großen internationalen Manifestation erklärt. Diktat 40 Tag der Arbeit Der 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit. Punkt Gewerkschaften in der ganzen Welt tragen an diesem Tag ihre Forderungen vor. Punkt Der Beginn dieser Bewegung liegt schon über 100 Jahre zurück. Punkt Im Mai 1886 streikten in Chicago amerikanische Arbeiter für die Einführung des Acht-Stunden-Tages. Punkt Ihre Aktion endete mit einem Polizeieinsatz. Komma Bei dem 17 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt wurden. Punkt Ein Gerichtsverfahren gegen vier Arbeiterführer Endete mit dem Todesurteil. Gedankenstrich Sie wurden hingerichtet. Punkt Die amerikanischen Arbeiterverbände erklärten daraufhin den 1. Mai zum Kampftag. Punkt Drei Jahre später Komma Im Juli 1889 Komma Wurde der 1. Mai Wurde der 1. Mai Wurde der 1. Mai Zu einer großen internationalen Manifestation erklärt. Punkt Text 44 Fotojournalismus Können Fotos lügen? Eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn versuchte, diese Frage zu beantworten. In einem Artikel über ein Massaker erscheint das Foto einer Blutlache. Auf dem Original handelte es sich jedoch nur um eine Wasserpfütze. Die Redaktion hatte sie rot gefärbt. Ein Zeitungsfoto zeigt den amerikanischen Präsidenten und den deutschen Bundeskanzler vor einer Menschenmenge. Auf dem Originalfoto sieht man ein Transparent, mit dem Bürger protestierten. In der Zeitung fehlt das Plakat. Die meisten Fälle von Manipulation sind allerdings weniger klar. Wo liegt die Grenze zwischen Echtheit und Fälschung? Diktat 44 Fotojournalismus Können Fotos lügen? Fragezeichen Eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn Versuchte, diese Frage zu beantworten. Punkt In einem Artikel über ein Massaker erscheint das Foto einer Blutlache. Punkt Auf dem Original handelte es sich jedoch nur um eine Wasserpfütze. Punkt Die Redaktion hatte sie rot gefärbt. Punkt Ein Zeitungsfoto zeigt den amerikanischen Präsidenten und den deutschen Bundeskanzler vor einer Menschenmenge. Punkt Auf dem Originalfoto sieht man ein Transparent, mit dem Bürger protestierten. Punkt In der Zeitung fehlt das Plakat. Punkt Die meisten Fälle von Manipulation sind allerdings weniger klar. Punkt Wo liegt die Grenze zwischen Echtheit und Fälschung? Fragezeichen Diktat 44 Fotojournalismus Können Fotos lügen? Fragezeichen Eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn Versuchte, diese Frage zu beantworten. Punkt In einem Artikel über ein Massaker erscheint das Foto einer Blutlache. Punkt Auf dem Original handelte es sich jedoch nur um eine Wasserpfütze. Punkt Die Redaktion hatte sie rot gefärbt. Punkt Ein Zeitungsfoto zeigt den amerikanischen Präsidenten und den deutschen Bundeskanzler vor einer Menschenmenge. Punkt Auf dem Originalfoto sieht man ein Transparent, mit dem Bürger protestierten. Punkt In der Zeitung fehlt das Plakat. Punkt Die meisten Fälle von Manipulation sind allerdings weniger klar. Punkt Wo liegt die Grenze zwischen Echtheit und Fälschung? Fragezeichen Text 46 Berufstätige Mütter 70% aller Amerikanerinnen mit Kindern im Vorschulalter sind berufstätig. Manche wollen, andere müssen arbeiten. Frage Gemeinsam ist ihnen das schlechte Gewissen. Sie fürchten, ihre Kinder zu vernachlässigen. Eine neue Studie kann arbeitende Mütter beruhigen. Negative Auswirkungen ihrer Berufstätigkeit auf die charakterliche und geistige Entwicklung der Kinder sind nicht feststellbar. Die psychologische Studie wurde in den Jahren 1979 bis 1999 durchgeführt. 6.000 Kinder wurden beobachtet, ihre Eltern befragt. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung Diktat 46 Berufstätige Mütter 70% aller Amerikanerinnen mit Kindern im Vorschulalter sind berufstätig. Punkt Manche wollen, andere müssen arbeiten. Punkt Gemeinsam ist ihnen das schlechte Gewissen. Punkt Sie fürchten, ihre Kinder zu vernachlässigen. Punkt Eine neue Studie kann arbeitende Mütter beruhigen. Doppelpunkt Negative Auswirkungen ihrer Berufstätigkeit auf die charakterliche und geistige Entwicklung der Kinder sind nicht feststellbar. Punkt Die psychologische Studie wurde In den Jahren 1979 bis 1999 durchgeführt. Komma 6.000 Kinder wurden beobachtet. Komma Ihre Eltern befragt. Punkt Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung Doppelpunkt Die Qualität des Zusammenlebens Und die seelische Stabilität der Eltern sind viel wichtiger für die Lebenstüchtigkeit der Kinder als die Frage, Komma Ob nur einer der Eltern oder beide berufstätig sind. Punkt Text 52 Zeitvergeudung mit E-Mail Weltweit werden E-Mail und Internet als die großen technischen Errungenschaften unserer Zeit gefeiert. Mitteilungen werden über große Entfernungen geschickt und kommen schon Sekunden später an. Informationen jeder Art stehen fast unbegrenzt zur Verfügung. Eine Umfrage unter den Chefs von 1000 britischen Industrieunternehmen hat nun Folgendes ergeben. Die Mitarbeiter der Firmen vergeuden durchschnittlich zwei Stunden ihrer täglichen Arbeitszeit mit elektronischer Post und mit dem Internet. Die Zeitvergeudung durch den unnützen Einsatz der neuen Medien kostet Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern ungefähr 6 Millionen Euro jährlich. 85% der befragten Mitarbeiter hielten viele Mitteilungen für gefährlich, für rassistisch und für unmoralisch. Diktat 52 Zeitvergeudung mit E-Mail Weltweit werden E-Mail und Internet als die großen technischen Errungenschaften unserer Zeit gefeiert. Mitteilungen werden über große Entfernungen geschickt und kommen schon Sekunden später an. Informationen jeder Art stehen fast unbegrenzt zur Verfügung. Punkt. Eine Umfrage unter den Chefs von 1000 britischen Industrieunternehmen hat nun Folgendes ergeben. Die Mitarbeiter der Firmen vergeuden durchschnittlich zwei Stunden ihrer täglichen Arbeitszeit mit elektronischer Post und mit dem Internet. Punkt. Die Zeitvergeudung durch den unnützen Einsatz der neuen Medien kostet Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern ungefähr 6 Millionen Euro jährlich. Punkt. 85% der befragten Mitarbeiter hielten viele Mitteilungen für gefährlich, für rassistisch und für unmoralisch. Punkt. Diktat 52 Zeitvergeudung mit E-Mail Weltweit werden E-Mail und Internet als die großen technischen Errungenschaften unserer Zeit gefeiert. Punkt. Mitteilungen werden über große Entfernungen geschickt und kommen schon Sekunden später an. Punkt. Informationen jeder Art stehen fast unbegrenzt zur Verfügung. Punkt. Punkt. Eine Umfrage unter den Chefs von 1000 britischen Industrieunternehmen hat nun Folgendes ergeben. Doppelpunkt. Die Mitarbeiter der Firmen vergeuden durchschnittlich zwei Stunden ihrer täglichen Arbeitszeit mit elektronischer Post und mit dem Internet. Punkt. Die Zeitvergeudung durch den unnützen Einsatz der neuen Medien kostet Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern ungefähr 6 Millionen Euro jährlich. Punkt. Punkt. 85% der befragten Mitarbeiter hielten viele Mitteilungen für gefährlich, für rassistisch und für unmoralisch. Punkt. Text 53 Reuters Reuters ist die größte Nachrichtenagentur der Welt. In über 140 Büros arbeiten mehr als 2400 Mitarbeiter. Tag und Nacht liefern sie Nachrichten für eine Öffentlichkeit, die immer mehr Informationen will. Diese Nachfrage bedient Reuters seit fast 150 Jahren. Kann mit einer Anmeldung von Tesla den Aktien Jaroml zeigen. Und die Akzentimeter übermittelt die Agentur wichtige Finanzdaten und betreibt ein komplexes elektronisches System für den Aktienhandel. Zu Zeiten des Firmengründers Julius Reuters wurden Informationen noch durch Brieftauben und Telegrafen übermittelt. Heute läuft das mit Satellitentechnik. Geblieben ist der Anspruch, korrekt, überparteilich und schnell Informationen zur Verfügung zu stellen. Und noch immer heißt das Ziel, mit der wahre Information möglichst viel Profit zu machen. Diktat 53 Reuters Reuters ist die größte Nachrichtenagentur der Welt. In über 140 Büros arbeiten mehr als 2.400 Mitarbeiter. Tag und Nacht liefern Sie Nachrichten für eine Öffentlichkeit? Komma Die immer mehr Informationen will. Punkt Diese Nachfrage bedient Reuters seit fast 150 Jahren. Punkt Gleichzeitig übermittelt die Agentur wichtige Finanzdaten und betreibt ein komplexes elektronisches System für den Aktienhandel. Punkt Zu Zeiten des Firmengründers Julius Reuters wurden Informationen noch durch Brieftauben und Telegrafen übermittelt. Punkt Heute läuft das mit Satellitentechnik. Punkt Geblieben ist der Anspruch, korrekt, überparteilich und schnell Informationen zur Verfügung zu stellen. Punkt Und noch immer heißt das Ziel, mit der wahre Information möglichst viel Profit zu machen. Punkt Diktat 53 Reuters Reuters ist die größte Nachrichtenagentur der Welt. Punkt In über 140 Büros arbeiten mehr als 2.400 Mitarbeiter. Tag und Nacht liefern sie Nachrichten für eine Öffentlichkeit, die immer mehr Informationen will. Punkt Diese Nachfrage bedient Reuters seit fast 150 Jahren. Punkt Gleichzeitig übermittelt die Agentur wichtige Finanzdaten und betreibt ein komplexes elektronisches System für den Aktienhandel. Punkt Zu Zeiten des Firmengründers Julius Reuters wurden Informationen noch durch Brieftauben und Telegrafen übermittelt. Punkt Heute läuft das mit Satellitentechnik. Punkt Geblieben ist der Anspruch, korrekt, überparteilich und schnell Informationen zur Verfügung zu stellen. Punkt Und noch immer heißt das Ziel, Komma Mit der wahre Information möglichst viel Profit zu machen. Punkt Mittelstufe Diktate D Schwierigkeitsgrad Mittel Text 55 Gerichtsvollzieher Zwei Millionen Familien in Deutschland gelten als überschuldet oder sind finanziell ruiniert. Immer mehr betrifft dieses Thema auch die Mittelschicht. Die Gründe Die Gründe hierfür sind oft Scheidung, Krankheit und Arbeitslosigkeit. Es gibt über 4000 Gerichtsvollzieher, deren Aufgabe es ist, die Schulden einzutreiben. Wer seine Schulden nicht begleichen kann, muss damit rechnen, dass ihm Gegenstände aus seinem Besitz gepfändet werden. Diktat 55 Gerichtsvollzieher Zwei Millionen Familien in Deutschland gelten als überschuldet oder sind finanziell ruiniert. Punkt Immer mehr betrifft dieses Thema auch die Mittelschicht. Punkt Die Gründe hierfür sind oft Scheidung, Krankheit und Arbeitslosigkeit. Punkt Es gibt über 4000 Gerichtsvollzieher, deren Aufgabe es ist, die Schulden einzutreiben. Punkt Wer seine Schulden nicht begleichen kann, muss damit rechnen, dass ihm Gegenstände aus seinem Besitz gepfändet werden. Punkt Diktat 55 Gerichtsvollzieher Zwei Millionen Familien in Deutschland gelten als überschuldet oder sind finanziell ruiniert. Punkt Immer mehr betrifft dieses Thema auch die Mittelschicht. Punkt Die Gründe hierfür sind oft Scheidung, Krankheit und Arbeitslosigkeit. Punkt Es gibt über 4000 Gerichtsvollzieher, Deren Aufgabe es ist, die Schulden einzutreiben. Punkt Wer seine Schulden nicht begleichen kann, muss damit rechnen, dass ihm Gegenstände aus seinem Besitz gepfändet werden. Punkt Text 56 Denglisch Die deutsche Sprache wird immer englischer. Wissenschaftler sprechen schon von Denglisch. Gemeint sind damit die vielen Wörter und Ausdrücke, die wir besonders aus der Werbung kennen. Fahrkarten heißen Tickets, die Auskunft am Bahnhof heißt Service Point und so weiter. Der Verein zur Wahrung der deutschen Sprache arbeitet gegen diese Tendenz. Die Mitgliederzahl des Vereins steigt. Denglisch Die deutsche Sprache wird immer englischer. Punkt Wissenschaftler sprechen schon von Denglisch. Punkt Gemeint sind damit die vielen Wörter und Ausdrücke, die wir besonders aus der Werbung kennen. Punkt Fahrkarten heißen Tickets, die Auskunft am Bahnhof heißt Service Point und so weiter. Der Verein zur Wahrung der deutschen Sprache arbeitet gegen diese Tendenz. Punkt Die Mitgliederzahl des Vereins steigt. Punkt Text 59 Kinder im Straßenverkehr Alle elf Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Als Fußgänger, Radfahrer oder im Auto. 1999 waren es 49.200 Kinder, die bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. 317 starben. Die meisten von ihnen als Autoinsassen. Ein Verkehrsklub fordert nun zum Schutz der Kinder eine Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh in allen Wohngebieten. Diktat 59 Kinder im Straßenverkehr Alle elf Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Gedankenstrich Als Fußgänger, Radfahrer oder im Auto. Punkt 1999 waren es 49.200 Kinder, die bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. 317 starben. Komma Die meisten von ihnen als Autoinsassen. Punkt Ein Verkehrsklub fordert nun zum Schutz der Kinder eine Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh in allen Wohngebieten. Punkt Text 61 Deutschland, Ost und West Auch Jahre nach der Wiedervereinigung werden Westdeutsche immer wieder über Ostdeutsche befragt. Und umgekehrt. Ein Umfrageergebnis aus dem Jahre 1998 besagt zum Beispiel, dass die ehemaligen DDR-Bürger die Westdeutschen für selbstbewusst und ehrgeizig halten. Die Westdeutschen halten umgekehrt die Ostdeutschen für ehrlich. Andere genannte Eigenschaften waren obrigkeitshörig, ängstlich, nörglerisch, kreativ, solidarisch, egoistisch und oberflächlich. Diktat 61 Deutschland, Ost und West Auch Jahre nach der Wiedervereinigung werden Westdeutsche immer wieder über Ostdeutsche befragt. Ein Umfrageergebnis aus dem Jahre 1998 besagt zum Beispiel, Dass die ehemaligen DDR-Bürger die Westdeutschen für selbstbewusst und ehrgeizig halten. Die Westdeutschen halten umgekehrt die Ostdeutschen für ehrlich. Andere genannte Eigenschaften waren obrigkeitshörig, ängstlich, nörglerisch, kreativ, solidarisch, kreativ, solidarisch. Egoistisch und oberflächlich. Diktat 61 Deutschland, Ost und West Auch Jahre nach der Wiedervereinigung werden Westdeutsche immer wieder über Ostdeutsche befragt. Und umgekehrt. Ein Umfrageergebnis aus dem Jahre 1998 besagt zum Beispiel, Dass die ehemaligen DDR-Bürger die Westdeutschen für selbstbewusst und ehrgeizig halten. Die Westdeutschen halten umgekehrt die Ostdeutschen für ehrlich. Andere genannte Eigenschaften waren obrigkeitshörig, ängstlich, nörglerisch, kreativ, solidarisch, kreativ, solidarisch. Egoistisch und oberflächlich. Text 62 Genomprojekt Im Genomprojekt geht es darum, die menschlichen Gene zu entschlüsseln. Wissenschaftler sprechen von einem ganz neuen Verständnis des menschlichen Körpers und von einer Revolution in der Medizin. Einige vergleichen das Projekt mit den Flügen zum Mond. Man geht übrigens davon aus, dass alle Menschen genetisch zu 99,998% identisch sind. Diktat 62 Genomprojekt Im Genomprojekt geht es darum, die menschlichen Gene zu entschlüsseln. Punkt Wissenschaftler sprechen von einem ganz neuen Verständnis des menschlichen Körpers und von einer Revolution in der Medizin. Punkt Man geht übrigens davon aus, dass alle Menschen genetisch zu 99,998% identisch sind. Punkt Diktat 62 Genomprojekt Im Genomprojekt geht es darum, die menschlichen Gene zu entschlüsseln. Punkt Wissenschaftler sprechen von einem ganz neuen Verständnis des menschlichen Körpers und von einer Revolution in der Medizin. Punkt Einige vergleichen das Projekt mit den Flügen zum Mond. Punkt Man geht übrigens davon aus, dass alle Menschen genetisch zu 99,998% identisch sind. Punkt Text 63 Hundebestien In manchen Bundesländern ist jetzt für einige Hunderassen ein Wesenstest vorgeschrieben. In diesem Test muss der Hund beweisen, dass er ungefährlich ist. Diktat 63 Diktat 63 Gefährliche Hunde Die Gefahr, die von Hunden ausgeht, schätzen Hundefreunde und Hundefeinde ganz unterschiedlich ein. Punkt Punkt Für die einen ist der Hundehalter das Problem. Komma Für die anderen sind alle Hunde Bestien. Punkt In manchen Bundesländern ist jetzt für einige Hunderassen ein Wesenstest vorgeschrieben. Punkt In diesem Test muss der Hund beweisen, dass er ungefährlich ist. Punkt Text 66 Verkehrsschilder 21 Millionen Verkehrsschilder gibt es in Deutschland. Alle 150 Meter steht eines. In Großstädten sind es noch mehr. In Köln zum Beispiel kommen 71 Schilder auf einen Kilometer, in Kiel 80. Jedes Schild kostet 150 Euro und wird nach höchstens 20 Jahren unlesbar. Manche Städte wollen jetzt die Zahl der Schilder verringern. Diktat 66 Verkehrsschilder 21 Millionen Verkehrsschilder gibt es in Deutschland. Komma Alle 150 Meter steht eines. Punkt In Großstädten sind es noch mehr. Punkt In Köln zum Beispiel kommen 71 Schilder auf einen Kilometer. Komma In Kiel 80. Punkt Jedes Schild kostet 150 Euro und wird nach höchstens 20 Jahren unlesbar. Punkt Manche Städte wollen jetzt die Zahl der Schilder verringern. Punkt Text 67 Altersvorsorge Im Durchschnitt gibt ein Deutscher monatlich 250 Euro für die gesetzliche und private Altersvorsorge aus. Von dem Geld könnte man jeden Monat einen Kurzurlaub auf Mallorca machen. Oder man könnte täglich zweimal ins Kino gehen. Manche finden, man sollte nicht für eine unsichere Zukunft sparen, sondern lieber heute gut leben. Diktat 67 Altersvorsorge Im Durchschnitt gibt ein Deutscher monatlich 250 Euro für die gesetzliche und private Altersvorsorge aus. Punkt Von dem Geld könnte man jeden Monat einen Kurzurlaub auf Mallorca machen. Punkt Manche finden, man sollte nicht für eine unsichere Zukunft sparen, sondern lieber heute gut leben. Punkt Oberstufe Diktate E Schwierigkeitsgrad Schwierig Diktat 71 Kaufsucht In Deutschland gibt es mindestens 500.000 kaufsüchtige Menschen. Vier Millionen leben im Vorstadium zum Kaufrausch. Kaufsüchtige Menschen sind oft psychisch labil. Man hat herausgefunden, dass die meisten Patienten ein geringes Selbstwertgefühl haben. Kaufsüchtige können Sonderangeboten fast nie widerstehen. Männer Männer zieht es besonders zu technischen Artikeln. Frauen bevorzugen Kleidung und Kosmetik. Ältere Menschen sind weniger gefährdet als Junge. Der Anteil der Singles ist sehr hoch. Untersuchungen zeigen große Ähnlichkeiten zwischen Kaufsüchtigen und Spielern. Kaufsüchtige Menschen neigen dazu, mehr Geld auszugeben, als ihnen zur Verfügung steht. Viele, so heißt es in einer Studie, ruinieren sich und ihre Familie. Oberstufe Diktate E Schwierigkeitsgrad Schwierig Diktat 71 Kaufsucht In Deutschland gibt es mindestens 500.000 kaufsüchtige Menschen. Vier Millionen leben im Vorstadium zum Kaufrausch. Kaufsüchtige Menschen sind oft psychisch labil. Man hat herausgefunden, dass die meisten Patienten ein geringes Selbstwertgefühl haben. Kaufsüchtige können Sonderangeboten fast nie widerstehen. Männer zieht es besonders zu technischen Artikeln. Frauen bevorzugen Kleidung und Kosmetik. Ältere Menschen sind weniger gefährdet als Junge. Der Anteil der Singles ist sehr hoch. Untersuchungen zeigen große Ähnlichkeiten zwischen Kaufsüchtigen und Spielern. Kaufsüchtige Menschen neigen dazu, mehr Geld auszugeben, als ihnen zur Verfügung steht. Viele, so heißt es in einer Studie, ruinieren sich und ihre Familie. Diktat 72 Babyklappe In verschiedenen Städten Deutschlands gibt es eine sogenannte Babyklappe. Die Idee ist, dass verzweifelte Frauen ihre neugeborenen Kinder anonym und ohne Strafe abgeben können. Solche Babyklappen gab es schon im 15. Jahrhundert. Projekte in München und in Hamburg Beleben diese mittelalterliche Tradition neu. In München befindet sich die Babyklappe, eigentlich ein gemütliches Kinderbett, im Kloster St. Gabriel. Das Projekt steht unter dem Motto Ein Mensch ist mehr wert als die ganze Welt. Die 10.000 Euro, die die Initiative jährlich kostet, sollen durch Spenden finanziert werden. Eine Mutter, die ihr Kind abgegeben hat, hat acht Wochen lang die Möglichkeit, das Baby zurückzuholen. Diktat 72 Babyklappe In verschiedenen Städten Deutschlands gibt es eine sogenannte Babyklappe. Die Idee ist, dass verzweifelte Frauen ihre neugeborenen Kinder anonym und ohne Strafe abgeben können. Solche Babyklappen gab es schon im 15. Jahrhundert. Projekte in München und in Hamburg Beleben diese mittelalterliche Tradition neu. In München befindet sich die Babyklappe, eigentlich ein gemütliches Kinderbett, im Kloster St. Gabriel. Das Projekt steht unter dem Motto Ein Mensch ist mehr wert als die ganze Welt. Die 10.000 Euro, die die Initiative jährlich kostet, sollen durch Spenden finanziert werden. Eine Mutter, die ihr Kind abgegeben hat, hat acht Wochen lang die Möglichkeit, das Baby zurückzuholen. Diktat 74 Menschenrechte Am 10. Dezember 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Allein durch sein Menschsein und unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Staatsangehörigkeit werden jedem Einzelnen grundlegende, unverletzliche Rechte zugestanden. Die Menschenrechtserklärung ist eigentlich nur die Erklärung eines Programms, also nicht geltendes Recht. Aber sie ist Grundlage mehrerer Konventionen zum Schutz der Menschenrechte, zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950. Die Mittel, die die UNO für die Verwirklichung der Menschenrechte einsetzt, betragen 1,7% ihres Haushalts. Die Menschenrechte sind in zahlreichen nationalen Verfassungen mehr oder weniger garantiert. Trotzdem entdeckt Amnesty International jedes Jahr in rund 150 Ländern Verstöße gegen diese Grundrechte. Diktat 74 Menschenrechte Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Allein durch sein Menschsein und unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Staatsangehörigkeit werden jedem Einzelnen grundlegende, unverletzliche Rechte zugestanden. Die Menschenrechtserklärung ist eigentlich nur die Erklärung eines Programms, also nicht geltendes Recht. Aber sie ist Grundlage mehrerer Konventionen zum Schutz der Menschenrechte. Zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950. Die Mittel, die die UNO für die Verwirklichung der Menschenrechte einsetzt, betragen 1,7% ihres Haushalts. Die Menschenrechte sind in zahlreichen nationalen Verfassungen mehr oder weniger garantiert. Trotzdem entdeckt Amnesty International jedes Jahr in rund 150 Ländern Verstöße gegen diese Grundrechte. Diktat 77 Diabetes Fachleute nehmen an, dass schon bald jeder Zehnte in Deutschland an Zuckerkrankheit leidet. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsbehörde WHO gab es 1997 weltweit über 120 Millionen Diabetiker. Noch immer ist Diabetes unheilbar. Wer zuckerkrank ist, muss sich regelmäßig Insulin insulinspritzen oder spritzen lassen. Insulin ist das Hormon, das im Körper des Patienten schlecht gebildet wird. Dies führt dazu, dass der Stoffwechsel nicht ausreichend funktioniert. Anfang der 20er Jahre entwickelte der Arzt Oskar Minkowski das erste Insulinpräparat. Die Gewinnung des Stoffes aus Tieren wurde ständig weiterentwickelt. Heute wird Insulin gentechnisch produziert. Diktat 77 Diabetes Fachleute nehmen an, dass schon bald jeder zehnte in Deutschland an Zuckerkrankheit leidet. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsbehörde WHO gab es 1997 weltweit über 120 Millionen Diabetiker. Noch immer ist Diabetes unheilbar. Wer zuckerkrank ist, muss sich regelmäßig Insulin spritzen oder spritzen lassen. Insulin ist das Hormon, das im Körper des Patienten schlecht gebildet wird. Dies führt dazu, dass der Stoffwechsel nicht ausreichend funktioniert. Anfang der 20er Jahre entwickelte der Arzt Oskar Minkowski das erste Insulin Präparat. Die Gewinnung des Stoffes aus Tieren wurde ständig weiterentwickelt. Heute wird Insulin gentechnisch produziert. Diktat 79 Wasser Auf der Erde gibt es 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Hiervon kann der Mensch aber nur 2% nutzen. Mit diesen 2% käme die Weltbevölkerung aus, wenn das Wasser gleichmäßig verteilt wäre. Doch schon heute fehlt in vielen Regionen der Welt Wasser. In 18 Ländern hat jeder Einwohner im Jahr weniger als 1.000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Die wichtigsten Gründe für den Wassermangel sind das Bevölkerungswachstum, die Umweltverschmutzung und die Verschwendung von Wasser. Noch immer wird nur sehr wenig gebrauchtes Wasser wieder aufbereitet. Noch immer wird zu viel kostbares Trinkwasser für andere Zwecke genutzt. Zum Beispiel für das Waschen von Autos. Diktat 79 Wasser Auf der Erde gibt es 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Hiervon kann der Mensch aber nur 2% nutzen. Mit diesen 2% käme die Weltbevölkerung aus, wenn das Wasser gleichmäßig verteilt wäre. Doch schon heute fehlt in vielen Regionen der Welt Wasser. In 18 Ländern hat jeder Einwohner im Jahr weniger als 1000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Die wichtigsten Gründe für den Wassermangel sind das Bevölkerungswachstum, die Umweltverschmutzung und die Verschwendung von Wasser. Noch immer wird nur sehr wenig gebrauchtes Wasser wieder aufbereitet. Noch immer wird zu viel kostbares Trinkwasser für andere Zwecke genutzt. Zum Beispiel für das Waschen von Autos. Oberstufe Diktate F Schwierigkeitsgrad schwierig Diktat 82 Tätowierung Lange Zeit waren Tätowierungen eine Domäne von Matrosen und Soldaten. Die Bilder auf der Haut stellten eine Distanzierung von der bürgerlichen Gesellschaft dar. Heute sind es Leute wie du und ich die sich tätowieren lassen. Frauen machen mittlerweile ein Drittel der Tätowierten aus. Die beliebtesten Motive sind Adler und Schlange. Diktat 83 Lügendetektor Schon 1954 wurde in Deutschland der Lügendetektor als unzulässig verworfen. Manche Experten finden diese Entscheidung falsch und möchten mit der Methode arbeiten. Ein Projekt an der Universität Köln kam bei der Arbeit mit dem Detektor auf eine Trefferquote von 95%. Von entscheidender Wichtigkeit ist allerdings, dass man die richtigen Fragen stellt. Diktat 84 Statistik Jeden Tag werden 80.000 Autos in Waschanlagen gewaschen. Täglich sterben in Deutschland 2.400 Menschen. 35 töten sich selbst. pro Tag werden 47 Millionen Briefe verschickt. Jeden Tag werden 370 Millionen Zigaretten geraucht. Jeden Tag sind in Deutschland 3200 Möbelwagen unterwegs. Der durchschnittliche Haushalt gibt täglich 12 Cent für Bananen aus. Diktat 85 Postleitzahlen Seit Juli 1993 gelten in Deutschland die fünfstelligen Postleitzahlen. Vorher waren sie vierstellig. Nach der Wiedervereinigung gab gab es 800 Zahlen, die sowohl eine Stadt in der Bundesrepublik als auch eine Stadt in der ehemaligen DDR bezeichneten. 5300 war zum Beispiel die Postleitzahl von Bonn und von Weimar. Die Zahlenreform kostete 400 Millionen Mark Diktat 86 Diebstahl Man schätzt, dass im deutschen Einzelhandel sechs Millionen Mal im Jahr gestohlen wird. Dabei werden Waren im Wert von 2,3 Milliarden Euro erbeutet. Das Risiko für die Diebe ist gering. Nur jeder zehnte Ladendieb wird gefasst. Und natürlich bezahlt der Kunde den Schaden, weil dieser in den Verkaufspreis eingerechnet wird. Zur Vorbereitung auf das Sprachdiplom Diktate G Schwierigkeitsgrad sehr schwierig Diktat 89 Blindenschrift Wenn heute von Blindenschrift die Rede ist, so denkt man in der Regel an Brey. Louis Brey 1809 bis 1852 war ein französischer Blindenlehrer, der die erste brauchbare Blindenschrift entwickelt hat. Übrigens im Alter von 16 Jahren. Brey selbst war mit drei Jahren erblindet. Schon vor ihm gab es andere Systeme, die sich aber nicht bewährt hatten. Ein Vorzug des Breisystems ist, dass es auf der Kombination von sechs Punkten basiert. Vorherige Schriften mit zwölf Punkten hatten sich als zu kompliziert erwiesen. Ein anderer Vorzug der Breischrift ist der, dass sie als Lese und als Schreibschrift dient. Das Ziel einer jeden Blindenschrift war die Integration Blinder mit Menschen. Denn bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Blinde nur die mündliche Sprache als Kommunikationsmittel. Eigentlich ist die Blindenschrift ein Ergebnis der militärischen Forschung. Ein französischer Offizier Charles Barvier hatte nämlich nach einer Möglichkeit gesucht Nachrichten so aufzuschreiben dass man sie auch bei Nacht lesen konnte ohne Licht zu machen. Im Krieg war dies besonders wichtig. Die Breisschrift ist somit vielleicht das friedlichste Resultat der militärischen Forschung aller Zeiten. Zur Vorbereitung auf das Sprachdiplom Diktate G Schwierigkeitsgrad sehr schwierig Diktat 89 Blindenschrift Wenn heute von Blindenschrift die Rede ist so denkt man in der Regel an Brei. Louis Brei 1809 bis 1852 war ein französischer Blindenlehrer der die erste brauchbare Blindenschrift entwickelt hat. Übrigens im Alter von 16 Jahren. Brei selbst war mit drei Jahren erblindet. Schon vor ihm gab es andere Systeme, die sich aber nicht bewährt hatten. Ein Vorzug des Breisystems ist, dass es auf der Kombination von sechs Punkten basiert. Vorherige Schriften mit zwölf Punkten hatten sich als zu kompliziert erwiesen. Ein anderer Vorzug der Brei Schrift ist der, dass sie als Lese und als Schreibschrift dient. Das Ziel einer jeden blinden Schrift war die Integration blinder Mitmenschen. Denn bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Blinde nur die mündliche Sprache als Kommunikationsmittel. Eigentlich ist die Blindenschrift ein Ergebnis der militärischen Forschung. Ein französischer Offizier Charles Barvier hatte nämlich nach einer Möglichkeit gesucht, Nachrichten so aufzuschreiben, dass man sie auch bei Nacht lesen konnte, ohne Licht zu machen. Im Krieg war dies besonders wichtig. Die Breisschrift ist somit vielleicht das friedlichste Resultat der militärischen Forschung aller Zeiten. Diktat 90 Internationaler Frauentag Die Gründung des Internationalen Frauentages datiert man auf das Jahr 1910. In diesem Jahr berief die deutsche Politikerin Clara Zetkin in Kopenhagen am Rande des Zweiten Kongresses der Sozialistischen Internationale eine Frauenkonferenz ein. Es ging in der Diskussion im Wesentlichen um vier Themen und Forderungsbereiche die gewissermaßen die Frauenfrage des beginnenden 20. Jahrhunderts skizzieren. Die Themen waren der Kampf für das Frauenwahlrecht der Kampf gegen die Kriegsgefahr der Kampf um die Fürsorge für Mutter und Kind und schließlich der Kampf gegen Preissteigerungen. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Frauen und Männer wurde in Deutschland 1918 eingeführt. Im Nationalsozialismus war der internationale Frauentag in Deutschland verboten. Stattdessen wurde 1933 der Muttertag zu einem nationalen Feiertag erklärt. Seit den 70er-Jahren werden auf den Frauentagen in Deutschland Themen wie die Gleichberechtigung der Frau im Beruf und die Stellung der Frau in der Gesellschaft diskutiert. Der internationale Frauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. Diktat 90 Internationaler Frauentag Die Gründung des Internationalen Frauentages datiert man auf das Jahr 1910. In diesem Jahr berief die deutsche Politikerin Clara Zetkin in Kopenhagen am Rande des Zweiten Kongresses der Sozialistischen Internationale eine Frauenkonferenz ein. Es ging in der Diskussion im Wesentlichen um vier Themen und Forderungsbereiche die gewissermaßen die Frauenfrage des beginnenden 20. Jahrhunderts skizzieren. Die Themen waren der Kampf für das Frauenwahlrecht, der Kampf gegen die Kriegsgefahr, der Kampf um die Fürsorge für Mutter und Kind und schließlich der Kampf gegen Preissteigerungen. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Frauen und Männer wurde in Deutschland 1918 eingeführt. Im Nationalsozialismus war der internationale Frauentag in Deutschland verboten. Stattdessen wurde 1933 der Muttertag zu einem nationalen Feiertag erklärt. Seit den 70er-Jahren werden auf den Frauentagen in Deutschland Themen wie die Gleichberechtigung der Frau im Beruf und die Stellung der Frau in der Gesellschaft diskutiert. Der internationale Frauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. Diktat 91 Bedrohte Sprachen Eine der vielen unbeantworteten Fragen der Wissenschaft ist ist die nach der genauen Zahl der Sprachen auf der Welt. Problematisch ist allein schon die genaue Abgrenzung zwischen Sprache und Dialekt. Es gibt schätzungsweise zwischen 6000 und 8000 Sprachen. Unstrittig ist jedoch dass eine nennenswerte Zahl von Sprachen in ihrer Existenz gefährdet ist. In Anlehnung an bedrohte Tier- und Pflanzenarten spricht man bereits von bedrohten Sprachen. An der Universität Köln gibt es die Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V. Das Ziel dieses gemeinnützigen Vereins ist es den Gebrauch, den Erhalt und die Dokumentation bedrohter Sprachen und Dialekte zu fördern. Mit dem Inkrafttreten der europäischen Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen am 1. Januar 1999 ist ein Schritt getan, um im europäischen Sprachraum dem Sprachensterben entgegen zu treten. In Deutschland gelten Sorbisch, Friesisch, Dänisch und Niederdeutsch als Regional- und Minderheitensprachen. Diktat 91 bedrohte Sprachen Eine der vielen unbeantworteten Fragen der Wissenschaft ist die nach der genauen Zahl der Sprachen auf der Welt. Problematisch ist allein schon die genaue Abgrenzung zwischen Sprache und Dialekt. Es gibt schätzungsweise zwischen 6000 und 8000 Sprachen. Unstrittig ist jedoch, dass eine nennenswerte Zahl von Sprachen in ihrer Existenz gefährdet ist. In Anlehnung an bedrohte Tier- und Pflanzenarten spricht man bereits von bedrohten Sprachen. An der Universität Köln gibt es die Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V. Das Ziel dieses gemeinnützigen Vereins ist es den Gebrauch, den Erhalt und die Dokumentation bedrohter Sprachen und Dialekte zu fördern. Mit dem Inkrafttreten der europäischen Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen Am 1. Januar 1999 ist ein Schritt getan, um im europäischen Sprachraum dem Sprachensterben entgegenzutreten. In Deutschland gelten Sorbisch, Friesisch, Dänisch und Niederdeutsch als Regional- und Minderheitensprachen. Diktat 93 Zählmaschine Dem deutschstämmigen und in den USA lebenden Ingenieur Hermann Hollerritt 1860 bis 1929 gelang die Erfindung der ersten leistungsstarken Zählmaschine Der Anlass für die Entwicklung der Maschine war die elfte Volkszählung der USA im Jahr 1890. Während die Volkszählung des Jahres 1880 acht Jahre gedauert hatte, konnte man die Zählung zehn Jahre später dank der Erfindung schon nach sieben Monaten beenden. Die Hollerritt Zählmaschine arbeitete mit Lochkarten, in die personenbezogene Daten gestanzt wurden. Bei der Volkszählung waren diese Daten beispielsweise Informationen über das Alter und Geschlecht der Befragten, über deren Besitzverhältnisse und Bildungsstand. Gleich nach den guten Erfahrungen in den Vereinigten Staaten wurde die Maschine von Regierungen anderer Staaten angefordert. Der erwartete unternehmerische Erfolg stellte sich allerdings nicht ein. Zumindest nicht für den Ingenieur Hollerritt, der aus dem Unternehmen ausstieg, das später unter dem Namen IBM weltbekannt werden sollte. Eine originalgetreue Rekonstruktion der Zählmaschine befindet sich in der Sammlung historischer Rechenmaschinen an der Universität Bonn. Hier lässt sich die Maschine mit ihren Relais, Uhren und Sortierkästen besichtigen, die natürlich als einer der Vorläufer des Computers gilt. Diktat 94 Übersetzung An verschiedenen deutschen Universitäten kann man mittlerweile studieren, was bis vor wenigen Jahren als gar nicht erlernbar und ausschließlich als eine Frage des Talents galt. Das Übersetzen von Literatur Die Universitäten Düsseldorf, München und Göttingen bieten entsprechende Studiengänge an. Jedes siebte in Deutschland verkaufte Buch ist eine Übersetzung. Im Bereich der Belletristik ist es sogar jedes zweite Buch. Aus ungefähr 50 Sprachen wird ins Deutsche übersetzt. Die Sprachen, aus denen am meisten übertragen wird, sind Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Mehr als die Hälfte der auf dem Literaturmarkt befindlichen Übersetzungen wurden nicht von professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern angefertigt, sondern von Leuten, die nebenberuflich übersetzen. Professoren in diesen Studiengängen lassen keinen Zweifel daran, dass Studenten Talent und Kreativität mitbringen müssen. Was sich in Sachen Literaturübersetzung lernen lässt, ahnt man beim Lesen des Curriculums. Zwei Sprachen muss jeder studieren. Daneben stehen Lexikografie und Textanalyse, Literaturrezeption und Kulturvergleiche, Übersetzung Übersetzungstheorie und Geschichte auf dem Lehrplan. Finanziell ist der Beruf des Literaturübersetzers nicht sonderlich attraktiv. Rund 15 Euro werden für eine übersetzte Seite Literatur bezahlt. Das erklärt auch, warum die meisten der 600 Literaturübersetzer in Deutschland nur nebenberuflich Literatur übersetzen. Oberst �